»Ver five Hello!!! Don!« Wer war es, wer hat Weisnix getötet? Vielleicht ist Weisnix einfach auch eine Altersschwäche gestorben. Kumpel... die frage ist ob ich jetzt kumpelblasen auch wähle weil er so ein hobgoblin lacht war irgendwie klar die anderen erschossen ja noch ein zweiter noch ein zweiter noch ein zweiter das ist dann alle mario ich die ane also ich ein ziel der von der viergruppe am anfang und da ist da und da ist der pinzgauer weg da sind die liebenden wohl gerade gestorben wollte ich das sagen damit danke für den sieg recht bitteschön weg sich die enden oh mein gott da du hast dich deinen eigenen body erschossen ja wurde mich raus ich habe nichts dagegen schmeißt mich raus ok was denn jetzt getötet dieser dodo ihr gebt mir so komische vibes leute ich bin ein ganz lieber kerl also ich tue euch nix zu schleide das kann ich euch sagen das frage so jedes mal und ich sagte jedes mal lack ist lecker irgendwas stimmt mit mir nicht ich bin auftragsmöder mein ziel ist babu und erlebt bis zum ende also dr katze war wieder fleißig ich weiß das traum findet an der ente sein muss denn ich pd kann bambu ist dodo und diana ist detektiv ja aber ich bin keine entdeckte selber pelikan also bis auf die behauptung dass beim bruder war wahrscheinlich ersetzt und deswegen habe ich habe gar nichts für ohne witz das flanke chaos jetzt nicht geworfen weil ein guter ist hast du mich gerade traum wie gesagt allein dafür schon hier den armen traumfinder so diffamieren los wc raus könnte jemand bitte dringend dark erschießen er geht mir gewaltig auf die auf die eier danke auf die dich einfahren kann dann können wir jetzt du weißt dass katzen das können wenn sie ihre stelle rennen müssen ziehen sie ihre hoden ein weiß weiß wie beschissen das ist wenn man rennt die ganze zeit schlackern die eier an die kniescheiben wer ist am traurigsten wenn es jetzt geht der hat du feck brüste ich weiß nicht auf wen hast du geschossen auf kumpelblase das war einfach zu verlockend ich weiß nichts ich habe dir ganz genau gesagt auf wen du schießen muss um den dodo raus zu kriegen und du machst es nicht also ich bin alt ich darf das und wenn ich dann als pelikan mit meinem verkuppelten im bauch eine leiche reporte dann begehe ich suizid wahrscheinlich schon ja du solltest dir vorher noch eine ohrfeige verpassen bevor du ihn frisst naja es bietet sich an da sind sehr viele sachen die ich ausprobieren möchte als pelikan der verkuppelt wurde erbsenhirn warum bist du am anfang gegen der wand gelaufen weil ich das sehr gerne mache was fragst du bei dem namen noch glaubt ihr mir dass das notwehr war letzter kaffee freispruch sag ich doch notwehr hast du dich jetzt in einem satz wie das wieder widersprochen hallo ja du ich habe in der schule gesehen aber ich war gar nicht da ist pinzgauer gerade bei dir auch zweimal gestorben ja mit mir auch okay was war das denn für ein bug irgendwie verrückt muss was gegen das ich glaube lang mache ich jetzt heute abend auch nicht mehr ach guck mal rio stimmt auch rio ist auch doppelt gestorben ok vielleicht war es doch aber dann hat er halt fech gehabt hat mal kurz hier vor unserer nase den wreath ja den keil wreath geschnetzelt also kumpel blase ist meistens böse also es ist nicht schade drum und von ducking kann man verschmerzen das ist ja nur dein mann ja bett ist groß genug sonst schlafe ich auf der couch ist mir noch egal die ist auch groß genug ihr habt eine geile couch die ist gemütlich ja es sind zwei kids wie gesagt ich habe sie nicht umgebracht ich habe sie gerade gefunden ich war bei der schule habe den generafton gemacht den ja ja nein das ist ein er ja nein ist er nicht er hat mich gejagt bis auf die toilette und als du auf dem klo saß wollte sie mich abstechen dabei schneller mit der leertaste dann hast du ihren kopf einfach die toilette gedrückt ich bin dafür dass wir den skip button wählen ja bin ich auch dafür nein du wirst halt verdächtig weil du den bösen tatsächlich in schutz nimmst und der den bösen umdringt den willst du werfen ist das ein einfacher sieg dankeschön dann brennt die hexe ja der dodo es gibt ohne worte ja 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 Vielen Dank.